Hallo liebe Leute, dies ist ein kleines Informationsvideo für euch, das ich in Zukunft öfters machen möchte. Und zwar möchte ich jetzt immer freitags euch eine kleine Information geben, wann ich denn die nächsten Tage live bin. Immer von Freitag bis Donnerstag die Information. Und hoffentlich halte ich mich da auch dran. Hat zumindest in der Probetestwoche, die wir letzte Woche gemacht haben, ziemlich gut funktioniert. Ich habe mich fast immer pünktlich dran gehalten. Und so sieht die Situation aus. Morgen am Samstag, den 14.10. starten wir um 17 Uhr auf Twitch. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch den Link direkt zum draufklicken, wenn ihr wollt. Mit Schlag den Star. Das ist die einzige Information an Spielen, die ich euch jetzt schon geben möchte. Weil das ist ja Multiplayer. Ich möchte Multiplayer spielen. Und natürlich sollen so viele wie möglich dann da mit dabei sein, damit wir richtig schöne Runden spielen können. Das heißt, es würde mich echt freuen, wenn einige von euch, die das Spiel besitzen und gerne mitspielen möchten, morgen sich zusammenfinden mit mir um 17 Uhr auf Twitch, damit wir ein paar coole, lustige Runden starten können. Wäre auf jeden Fall richtig schön. Dann wird es am Montag, den 16.10. auch nochmal um 17 Uhr einen Stream geben. Da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich streame. Und außerplanmäßig um 15 Uhr am Mittwoch, den 18.10. gibt es auch nochmal ein Streamchen, der dann wahrscheinlich aber nicht bis 21 Uhr geht, weil ich nicht so lange Zeit habe. Also planmäßig ist mal so 15 bis 18 Uhr angesetzt und dann muss ich mal gucken, wie lang ich eventuell noch machen kann. Aber auf jeden Fall mal so 15 bis 18 Uhr ist so die Zeit. Wenn ihr mal zu irgendeinem der Termine keine Zeit habt, ist das überhaupt kein Thema. Bitte fühlt euch nicht dazu genötigt, immer dabei zu sein. Ich bin ein Streamer, YouTuber und so weiter. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Erde. Auch wenn ich es gerne wäre, aber nein, ich bin es nicht. Ich freue mich aber trotzdem darauf, wenn ich einige von euch dort treffen werde im Stream. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Freitag. Genießt das erste Wochenend-Momentchen, Ründchen, Abendchen, wie auch immer. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen im Livestream. Ciao. Ciao.